Eure Pastoren sind in dieser Gemeinde, um für euch da zu sein. Wenn ihr wissen möchtet, wie es mir geht, wenn ich hier vorne stehe, ich will einfach nur den Herrn loben. Ich wünschte, die Lobpreiszeit würde ewig weitergehen. Wenn ich den Herrn anbete, sehe ich seine wunderbare Herrlichkeit und vollkommene Schönheit. Seine makellose Symmetrie, einfach alles. Es ist, als würde man den Ort der Shekina-Herrlichkeit sehen. Und oft teilt er mir beim Anbeten sein Herz für euch alle mit. Was ich für euch fühle? Tiefes Mitgefühl. Ich spüre seine Zuneigung. Er lässt mich einen Hauch seines Herzschlags spüren. Mein Herz ist nicht groß genug, um die Tiefe und Weite seines Herzens vollends zu erfassen. Aber ich empfinde es für euch. Also möchte ich, dass ihr wisst, wenn ich hier bin, geht es nicht um mich, nicht um euren Pastor. Es geht um den Herrn. Und er legt diese Gefühle in das Herz des Pastors. Selbst bei allen Heilungen, vergesst nie, keiner von uns kann wirklich heilen. Keiner. Es ist der Herr, der heilt. Doch die Bibel spricht von Mitarbeitern Christi. Wir verkünden, er wirkt. Wir sollen im Namen von Jesus um Dinge bitten. Und das Wort bitten bedeutet im Griechischen tatsächlich befehlen, anordnen. Das ist nicht dasselbe wie den Vater im Namen von Jesus, um etwas zu bitten. An anderer Stelle sagt Jesus, alles, was ihr bitten werdet, in meinem Namen, das will ich tun. Genau wie Petrus und Johannes, als sie den gelähmten Mann heilten. Sie befahlen die Heilung im Namen von Jesus. Warum? Weil die Heilung schon erworben war. Es ist der Feind, der uns gefangen hält. Wir vertrauen auf Gott und beten, dass diese Gemeinde immer mehr zu einem Heilungszentrum wird. Ein Ort, an dem Menschen, die alle Hoffnung verloren haben, Heilung finden. Das hier ist Gottes Haus. Was brachte den verlorenen Sohn zurück? Dieser Gedanke, dass selbst die Diener seines Vaters genug zu essen hatten, während ihm sogar das Schweinefutter verweigert wurde. Das rufen wir den Menschen zu. Komm zurück zu deinem Vater, wo echte Liebe auf dich wartet. Ein weiteres Thema, das mich in letzter Zeit sehr beschäftigt und über das ich mit meinen Pastoren gesprochen habe, ist die steigende Zahl von Jugendlichen sogar in unserem Land, die Selbstmord begehen. Es scheint, als würde diese Zahl immer weiter steigen. Und trotz all der Technik und Fortschritte, trotz der sozialen Medien, die immer zur Hand sind, leiden die Menschen. Sie sind innerlich verletzt. Sie leiden psychisch. Heute kann man fast alles mit einem Klick herausfinden. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass Chat-GPT wie die Erkenntnis von Gut und Böse ist. Ein Problem dabei ist, dass man nicht nur Gutes, sondern auch Schlechtes erfährt. Es gibt Wissen, von dem Gott weiß, dass es uns schaden kann. Genauer gesagt kann das Wissen um das Gute genauso gefährlich sein wie das Wissen um das Böse. Gott will nicht, dass wir bloß Erkenntnis vom Guten haben, sondern Erkenntnis von Jesus Christus, durch den wir dann echte Güte erfahren. Was wir oft als gut betrachten, ist subjektiv. Überlegt mal, von welchem Baum wollte Gott, dass wir essen? Vom Baum des Lebens. Und doch haben Adam und Eva nie davon gegessen. Was bedeutet der Baum des Lebens? Er steht dafür, aus dem Herzen heraus zu verstehen. Wir sollen nicht nur Wissen haben, sondern geistliches Unterscheidungsvermögen. Wissen findet im Kopf statt, Unterscheidung im Geist. Das ist schneller als jeder Blitz. Schneller als Chat-GPT. Schneller als jegliche KI. Diese Dinge, so genau sie auch sein mögen, basieren auf Berechnungen, auf mathematischer Präzision. Sie sind leblos und vorhersehbar. Sie können nicht wirklich spontan sein. Aber das Leben ist spontan. Das Leben ist dynamisch. Das Leben ist unberechenbar. Darüber haben wir schon letzte Woche gesprochen. Leben, das kann nur Gott uns geben. Er wollte, dass der Mensch vom Baum des Lebens ist. Adam und Eva, sie lebten durch Gottes Atem. Und dennoch wollte er, dass sie vom Baum des Lebens essen. Ein Bild von Christus und dem ewigen Leben. Ewiges Leben ist nicht nur endloses Leben, wie es für uns klingen mag. Es ist eine besondere Qualität des Lebens, die Art und Weise, wie Gott selbst lebt. Das ist das ewige Leben. Es ist die höchste Form von Leben. Einmal, als ich betete, hatte ich eine Vision, obwohl ich solche Erlebnisse selten habe. Ich sah eine Pyramide, so wie eine Ernährungspyramide. Ihr kennt doch eine Ernährungspyramide, oder? Ihr wisst, was ich mit einer Pyramide meine. Ihr wisst, was ich mit einer Pyramide meine. Wie gut ich heute predige, hängt von eurem Feedback ab, okay? Ihr scheint noch nicht ganz wach zu sein. Meine Frau und ich sprachen neulich über unseren Sohn. Ich hatte ihn gebeten, auf das zu reagieren, was wir sagen. Kennt ihr das? In einem bestimmten Alter, so mit zehn oder elf, sind sie noch keine Teenager, kommen aber in ein Alter, wo sie Manieren und Höflichkeit lernen müssen. Sie müssen lernen, sich auszudrücken. Genau in dieser Phase sind wir gerade. Also haben wir zu ihm gesagt, lass uns hören, was du denkst. Wenn wir mit ihm sprechen, wiederholt er oft unsere Worte. Er hört also zu, zeigt es aber nicht immer. Also meinte ich, du musst uns mit deinem Gesicht zeigen, dass du zuhörst. Deshalb, liebe Gemeinde, zeigt mit eurem Gesicht, dass ihr dabei seid. Ich bin's gewohnt. Ich predige schon so lange und weiß, dass Menschen zuhören können, auch wenn sie es nicht so zeigen. Aber es wäre doch schön, wenn man es auch sieht, oder? Sagt eurem Sitznachbarn, zeigt, dass du dabei bist. Also, eure Reaktion, los geht's. Kürzlich sprach meine Tochter mit mir über unsere Zeit in Amerika. Ich signierte Bücher in Buchläden und so weiter. Die Menschen waren so begeistert. Genau wie in der Gemeinde, in der ich predigte. Sie waren so lebendig, wedelten mit Taschentüchern. Teilweise standen die Gemeindemitglieder auf, um ihre Begeisterung auszudrücken. Könnt ihr euch das ausmalen? Ich kann es gar nicht richtig beschreiben, aber die Begeisterung war groß. Leute stießen ihre Sitznachbarn an, wenn ihnen etwas gefiel. Man konnte sehen, dass sie voll dabei waren. Und das bringt einen als Prediger richtig in Fahrt. Hört ihr? Also, wenn ihr wollt, dass ich weiter über die Ernährungspyramide spreche, dann zeigt es mir. Diese Pyramide sah ich vor vielen Jahren in einer Vision beim Beten. Die Basis bildet das Pflanzenleben, die grundlegendste Form von Leben. Die Pflanzen leben. Sterbende Pflanzen verwelken und werden braun. Lebende Pflanzen sind grün, nicht wahr? Dann kommen die Insekten, eine Stufe höher. Wir sind uns doch alle einig, dass Insekten leben, oder? Danach das andere Tierleben. Es kann ein riesiges Tier wie ein Wal sein, trotzdem kein menschliches Leben. Und genauso wenig haben Schimpansen menschliches Leben. Im Griechischen gibt es die Worte bios und Psyche, was das menschliche Leben beschreibt. Sagt alle mal, menschliches Leben. Aber das ist noch nicht das Leben, das Gott uns schenken möchte. Adam und Eva standen vor dieser Entscheidung. Gott gab ihnen dieses menschliche Leben, welches an sich schon über jedem anderen Leben steht. Aber dann stellte Gott ihnen die Frage, möchtet ihr das Leben haben, das ich habe? Das ist das ewige Leben, auf Griechisch Zoe. Heute ist es ein Mädchenname, stammt aber aus der Bibel. Zoe ist das Leben Gottes, durch das Gott lebt. Da es schwer ist, dieses Wort treffend zu beschreiben, wurde der Begriff ewiges Leben geprägt. Aber wenn man darüber nachdenkt, sind selbst diejenigen, die in die Hölle kommen, ewig dort. Daher ist ewiges Leben nicht ganz treffend. Aber natürlich ist es ewig, da Gottes Leben ohne Anfang und Ende ist. Gott sagte, es liegt an euch. Ich werde euch nicht drängen, ich lasse euch die Wahl. Entweder ihr lebt durch die Erkenntnis von Gut und Böse, was bedeutet, dass ihr auf euer Bios-Leben vertraut. Ihr verlasst euch ganz auf euch selbst, aber dadurch seid ihr auch begrenzt. Auf eure eigene Erkenntnis von Gut und Böse. Amen? Deswegen sind viele Menschen religiös. Sie kennen Gut und Böse. Aber der christliche Glaube ist keine Religion, okay? Es geht um Leben. Jesus sagte, ich bin gekommen, damit ihr was habt? Nicht noch mehr Regeln und Vorschriften, sondern Leben. Ich bin gekommen, damit ihr Leben habt. Und das im Überfluss. Amen? Wer dieses überfließende Leben hat, soll Halleluja rufen. Adam und Eva standen kurz davor, dieses Leben zu bekommen. Doch dann, durch ihre Sünde, wählten sie den verkehrten Baum. Der Teufel überredete sie dazu. Nun waren sie von Gott getrennt. Sie trafen die falsche Wahl. Gott konnte nicht einfach eingreifen und die Hände von Adam und Eva vom falschen Baum wegziehen, denn das wäre ungerecht gewesen. Er ist ein gerechter und heiliger Gott. Er kann sein Wort nicht einfach zurücknehmen. Er warnte sie ja. An dem Tag, an dem du davon isst, wirst du sterbend sterben, so lautet es im Hebräischen. Der Tod kam zuerst in ihren Geist und später zeigte er sich auch in ihren Körpern. Gott sagte, ihr könnt das später nachlesen. Sie dürfen jetzt nicht auch noch ihre Hand ausstrecken und vom Baum des Lebens nehmen. In der King James Bibel gibt es dort einen langen Gedankenstrich, als ob Gott innehielt und dann sagte, sie dürfen nicht vom Baum des Lebens essen. Warum ließ Gott sie nicht einfach nach ihrem Fehltritt vom Baum des Lebens essen? Weil das bedeutet hätte, dass sie ewig in diesem sündigen Zustand geblieben wären. Sie hatten bereits entschieden, auf ihre eigene Moral zu hören, auf ihre eigene Erkenntnis von Gut und Böse. Folgt ihr mir noch? Gott sagte, wenn sie jetzt vom Baum des Lebens essen, würden sie ewig in diesem Zustand weiterleben. Stell dir vor, all die Übeltäter, Diktatoren und Bösewichte der Welt wären heute noch am Leben und könnten nicht sterben. Deshalb griff Gott ein. Er hatte einen Plan. Der wahre Baum des Lebens sollte durch seinen Sohn kommen. Amen dazu. Weiter geht's mit 1. Petrus 1. Der Herr macht uns auf das Rema-Wort aufmerksam, das er heute für jeden von uns persönlich hat. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Das christliche Leben ist ein faszinierendes Paradoxon. Wir leben quasi in zwei Welten, stimmt's? In Bezug auf unsere Lebensumstände sind wir Teil dieser Welt und erleben all ihre Höhen und Tiefen, alle Herausforderungen, das ist das normale Leben, oder nicht? Doch es gibt einen Teil in uns, der jubelt. Nein, nein, nicht nur jubelt, sondern sich jubelnd freut, überströmend jubelt. Unser wahres Ich, der neue Mensch in Christus. Diese Freude gibt es inmitten mancherlei Anfechtungen. Hört gut zu, in unseren Lebensumständen sind wir noch in dieser Welt. Aber in Herz, Geist und Seele, innerlich, gehören wir der anderen Welt an. So will Gott, dass wir leben. Überall sehen wir Schönheit. Manche Menschen verlieren die Lebensfreude, weil sie in sich nur Fehler sehen, Dunkelheit spüren. Sie erkennen nicht das Gute, denken, jeder andere lebe perfekt. Zumindest präsentieren viele es so in den sozialen Medien. Doch das ist Trug. Das ist alles Lug und Trug. Überall sehen Sie nur Fassade, Wettbewerb. So viel Hass und Wut. Die sozialen Medien sind voll von wütenden Menschen. Wütende Posts in sozialen Medien ziehen mehr Aufmerksamkeit auf sich als liebevolle Nachrichten. Also blicken Leute sich um und sehen nur das Negative. Niemand zeigt seine authentischen Schwächen. Niemand verbreitet Hoffnung. Aber wir haben diese Hoffnungsbotschaft und müssen sie der jungen Generation bringen. Offensichtlich versucht der Teufel, genau diese junge Generation zu bekämpfen, weil er sie fürchtet. Ich möchte, dass du weißt, ich sehe dich als Botschafter, genau dort, wo Gott dich hingesetzt hat. Du bist nicht nur da, um Geld zu verdienen und für deine Familie und dich zu sorgen. Nein, das wäre wirklich ein zu geringes Lebensziel. Du bist Gottes Botschafter auf deinem Weg in den Himmel. Ein herzliches Amen dazu. Es gibt noch so viel zu tun. Warte nicht nur ungeduldig darauf, endlich in den Himmel zu kommen. Wir können dort schon jetzt leben, indem wir uns jubelnd freuen. Denn es steht geschrieben, ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. Das zeigt, dass du aus deinem Inneren herauslebst. Und Gott möchte jeden von uns aus dieser inneren Leblosigkeit herausführen. Nicht aus der Sünde, sondern aus dieser Leblosigkeit. Das wird oft nicht genug betont. Es gibt ein Opfer im Alten Testament, das das gut veranschaulicht. Die meisten levitischen Opfer sind für Sünden. Einige sind für die Anbetung. Aber dann gibt es auch noch das Opfer der Asche der roten Kuh, das für die bestimmt ist, die etwas Totes berührt haben. Sei es ein Tierkadaver oder Knochen. Alles Tote. Ein ganzes Kapitel in 4. Mose beschäftigt sich nur mit der Reinigung von Totem. Wir reden viel über Sünde, wie man sie überwindet und wie der Tod von Christus uns von der Sünde befreit. Aber oft vergessen wir, dass er uns auch vom Tod befreit hat. Du bist lebendig. Gott will nicht, dass du dich in deinem Leben tot fühlst. Manchmal wirken sogar unsere Gebete leblos. Pass gut auf. Ich habe nichts gegen Menschen, die Gebete aus Büchern sprechen. Das ist okay, besonders am Anfang. Wichtig ist nur, dass du das, was du sagst, auch wirklich von Herzen meinst. Aber ich bin fest überzeugt, dass Gott uns von allem Leblosen befreien will. Der Himmel, das ist kein Ort für Tote. Es ist ein Ort des Lebens. Der lebendige Gott ist dort, die Quelle allen Lebens. Letzte Woche habe ich darüber gesprochen. Lebe nicht unter der Nichtigkeitslinie. Im Buch Prediger geht es ständig um das Leben unter der Sonne. Aber nichts hier unten kann dein Herz wirklich ausfüllen. Es ist einfach zu groß für diese Welt. Du brauchst einen höheren Lebenssinn. Im nächsten Buch der Bibel, dem Hohelied, findest du ihn. In Wirklichkeit übersteigt dieser Sinn sogar die Größe unseres Herzens. Wir müssen unser Herz erweitern. Das wahre Leben und die wahre Erfüllung finden wir über der Sonne. Alles unter der Sonne, all deine Ziele und Träume, ohne den richtigen Fokus, nur Nichtigkeit. Schauen wir uns das im Buch Prediger mal an. Gleich zu Beginn, verfasst von Salomo, steht da, die Worte des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs in Jerusalem, O Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Wer ist dieser Sohn Davids? Salomo, König in Jerusalem. Aber warum stellt er sich so vor und nicht wie im Buch Hohelied? Er will uns sagen, ich bin nicht irgendein König. Ich bin König in Jerusalem. Ich könnte alles haben, was ich will. Und tatsächlich, er hatte Zugang zu allem. Und dennoch sagt er, O Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger. Oder anders ausgedrückt, Lehre über Lehre. Wie viele von euch haben erlebt, dass die Welt euch das Blaue vom Himmel versprochen hat? Die Welt bietet Freuden, hebt einen in die Höhe, nur um einen dann krachend fallen zu lassen. Dieser Fall schmerzt. Im Himmel dagegen steigt man ständig höher. Alles dort ist atemberaubend schön. In vollkommener Harmonie. Unaufhörliche, unaussprechliche Freude, wie die Bibel es beschreibt. Alles strahlt Perfektion aus. Und das Beste, wir werden Jesus begegnen, nicht wahr? Du bist schöner als die Menschenkinder, heißt es in der Bibel von ihm. Eine Übersetzung gibt es so wieder. Du bist der Schönste aller Männer. Das ist unser Herr Jesus, oder? Möchtest du nicht so sein wie er? Wenn er in dein Leben kommt, wird er das Beste in dir hervorbringen. Als Mann wie auch als Frau. Der Prediger betont, ich habe so vieles versucht. Man könnte meinen, er hätte nicht wirklich alles ausprobiert. Ich habe nicht alles ausprobiert. Hör auf jemanden, der wirklich alles ausprobiert hat und auch die Mittel dazu hatte. Doch in Vers 3 sagt er, was bleibt dem Menschen von all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Für den nächsten Punkt gehen wir zu Kapitel 2. Dort steht, ich sammelte mir auch Silber und Gold. Wer von euch glaubt, dass es klug wäre, viel davon zu sammeln, besonders in diesen unsicheren Zeiten? Silber und Gold, sind die nicht immer noch wertvoll? Sind Silber und Gold immer noch wertvoll? Das gilt auch heute noch, oder? Er fährt fort. Ich sammelte mir Schätze von Königen und Ländern. Ich gönnte mir Sänger und Sängerinnen die besten Vergnügungen, die es gibt. Das tun wir heute auch noch, oder? Denkt an Spotify. Wir hören ständig Musik und denken, sie könnte uns erfüllen. Salomo spricht hier von den Freuden unter der Sonne. Zurück zu Kapitel 1. Ich habe vergessen, euch darauf hinzuweisen. Was bleibt dem Menschen von all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Der Hauptgedanke, der rote Faden des Buches, zeigt sich schon am Anfang. Es geht um das Leben unter der Sonne. Deshalb sagt er, alles ist Nichtigkeit der Nichtigkeiten. In Kapitel 2 erzählt er, wie er jegliche Musik ausprobiert hat. Und ich wurde größer und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Auch blieb meine Weisheit bei mir. Und ich versagte meinen Augen nichts von allem, was sie begehrten. Kannst du das auch von dir behaupten? Nein, oder? Hier spricht jemand ohne Einschränkungen. Er war in seiner Zeit sowohl Gesetzeshüter als auch höchster Richter. Ihm stand alles offen. Er war der reichste Mann seiner Zeit. Nach heute geltenden Maßstäben wäre er schon längst Billionär. Er gilt immer noch als der reichste Mann der Geschichte. Aber was sagt er? Und ich versagte meinen Augen nichts von allem, was sie begehrten. Ich hielt mein Herz von keiner Freude zurück. Denn mein Herz schöpfte Freude aus aller meiner Mühe. Und das war mein Teil von aller meiner Mühe. Als ich mich aber umsah nach all meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten, und nach der Mühe, die ich mir gegeben hatte, um sie zu vollbringen, siehe, da war alles nichtig und ein Haschen nach Wind und nichts Bleibendes unter der Sonne. Also versuch gar nicht erst, es ihm gleich zu tun. Er hat alles ausprobiert und uns schließlich als alter Mann gewarnt. Es gibt keinen wahren Gewinn unter der Sonne. Das ist sein erstes Buch, Prediger. Ein wirklich tiefgreifendes Buch. Aber Pastor, es klingt so niederschmetternd. Wenn du den eigentlichen Sinn dahinter erkennst, wirst du es zu schätzen wissen. Einige Lektionen lernen wir aus positiven, andere aus negativen Erfahrungen. Stimmt's? Jeder kann daraus etwas ziehen. Das Buch spricht auch davon, dass alles, was war, wieder sein wird. Geschichte wiederholt sich ständig. Es steckt so viel Weisheit in diesem Buch, auch wissenschaftliche Gedanken wie Kondensation und Verdunstung. Ein faszinierendes Buch. Aber nun zum nächsten Buch, das er schrieb, als er mit Gott lebte. Wahrscheinlich schrieb er Prediger, als er sich von Gott abgewandt hatte, weshalb er auch sagt, meine Weisheit blieb mir erhalten. Aber diese Weisheit quälte ihn nun, weil er wusste, was richtig war und was Gott von ihm wollte. Er es aber nicht tat. Er schrieb dies, als er alt war. Doch schauen wir uns mal an, wie er war, als er mit Gott unterwegs war. Das Hohelied. Warum dieser Name? Im Hebräischen, Schir HaSherim, das Höchste aller Lieder. So wie Jesus, der König aller Könige ist, der Herr aller Herren. Das innerste Heiligtum im Tempel ist das Allerheiligste. Amen? Von allen biblischen Büchern bezeichnen die Rabbiner das Hohelied als das Allerheiligste. Sie rieten sogar davon ab, es vor dem 30. Lebensjahr zu lesen. Ach Sorge, es könne falsch interpretiert werden. Es beschreibt anschaulich die Liebe zwischen Mann und Frau. Aber für die, die reinen Herzens sind, ist alles rein. Sie sagten also, man sollte erst mit 30 Jahren das Hohelied lesen. Gott sei Dank musst du nicht warten, bis du 30 bist. Das heißt, so alt wie ich. Übrigens, mein Sohn meinte zu meinem letzten Geburtstag alles Gute zum 24. Damit setzte er mich auf eine Stufe mit meiner Tochter. Weiter so, mein Junge. Wenn man zu den Sternen greift, erreicht man sie zwar vielleicht nicht ganz, aber vielleicht kommt man dann bis zum Mond. Wisst ihr, was ich meine? Das Hohelied handelt von der Liebe zwischen dem Bräutigam und der Braut. Es beginnt so. Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist besser als Wein. Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Beachte, sie sagt, er küsse mich und nicht, ich küsse ihn. Sie will seine Liebe spüren, und zwar tief und innig. Hörst du ihr inniges Verlangen? Es geht ihr nicht darum, wie sehr sie den Herrn liebt. Viele Christen denken, ich sollte den Herrn mehr lieben. Aber nein, schau nicht auf deine begrenzte Liebe, auf dich selbst. Blick auf die unendliche, immerwährende Liebe dessen, der dich bedingungslos liebt. Es gibt einen Grund, warum Gott dich seine Liebe in der Schrift erkennen lässt. Aber viele sind noch verblendet, suchen nach Lebenssinn und bleiben dabei unter der Sonne, tief in ihrem Inneren fühlen sie eine gewisse Leere. Ich kenne dieses Gefühl, es fühlt sich leer an, wenn sie doch nur erkennen würden, dass weder Ruhm noch Reichtum wirklich erfüllen. Ich bin nicht freier, seit ich berühmt wurde. Es gibt nicht die erhoffte Zufriedenheit, es ist reine Nichtigkeit. Aber die Liebe des Herrn zu kennen, das ist das wahre Leben. Er vergleicht die Liebe sogar mit Wein. Denn deine Liebe ist köstlicher als Wein. Habt ihr bemerkt, es heißt, er küsse mich und nicht nur ein flüchtiges Küsschen? Ein flüchtiges Küsschen ist etwas anderes als die Küsse, die hier gemeint sind. Und hier steht Küsse im Plural. Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes, unaufhörlich. Wie der verlorene Sohn, der nach Hause kam. Die Bibel sagt, der Vater überhäufte ihn mit Küssen. Die Amplified Bibel sagt sogar, er küsste ihn unaufhörlich. Stell dir vor, der Sohn roch nach Schweinen. Er war lange in einem Schweinestall gewesen. Trotzdem lief der Vater auf ihn zu, schloss ihn in seine Arme und küsste ihn unaufhörlich. Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Sie sehnt sich nach einer echten Begegnung mit der Liebe des Herrn. Ich möchte spüren, wie sehr du mich liebst. Ich möchte diese Liebe in meinem Leben erfahren. Und wenn ich in der Bibel lese, dann will ich immer wieder spüren, wie sehr du mich liebst. Sogar die Strafgerichte im Alten Testament. Wenn man von den Strafen und Urteilen liest, denkt man vielleicht, Moment mal. In den Psalmen steht zum Beispiel, er stürzte den Pharao und sein Heer ins Rote Meer, denn seine Gnade währt ewiglich. Wie kann das sein? Das galt nicht für den Pharao und die Ägypter. Gott gab ihnen viele Chancen zur Umkehr. Aber sie wollten Israel weiterhin verfolgen und versklaven. Gott warnte sie, lasst meine Kinder gehen, lasst mein Volk ziehen. Richtig? Richtig, oder? Heute würde er zu jeder Macht, die uns binden will, sagen, lasst meine Kinder gehen. Und wenn nicht, wird Gott sie richten, weil er uns liebt. Für Israel galt Gericht über unsere Feinde. Seine Gnade währt ewig, Gnade für uns. Es ist nicht so, dass Gott sich nicht um die anderen kümmerte, aber aus Liebe zu uns. Darum hat Gott dir dein Kind gegeben, damit du ein wenig, auch wenn es unvergleichlich geringer ist als seine Liebe, die Liebe eines Vaters zu seinem Kind verstehst, um zu erkennen, wie sehr der Vater seinen Sohn liebt. Wir können das nur in begrenztem Maße verstehen. Aber unsere menschliche Beziehung spiegelt seine Liebe zu uns wider. Daher heißt es, er küsse mich. Er will eine persönliche Beziehung. Und wenn ich er sage, meine ich auch die Männer. Wir Männer haben es gut. Wir dürfen in dieser Geschichte sowohl Bräutigam als auch Braut sein, nicht wahr? Wir wollen seine persönliche Liebe zu uns. Wir möchten seine Liebe zu uns erfahren. Wer von euch weiß, dass er geliebt wird? Gott sagt, betet im Geist, bewahrt euch in der Liebe Gottes. Wenn du im Geist betest, sei dir bewusst, dass Gott dich liebt. Einmal sann ich über diese Wahrheit nach, als ich gerade im Ausland war. Dort war es ziemlich kalt. Ich bin kein Fan von Kälte. Es war sonnig, aber trotzdem kalt. Kennt man ja, oder? Ich ging in Schattenbereichen mit Gebäuden auf beiden Seiten. Es war sonnig, aber ich fror im Schatten. Kennt ihr das? Doch als ich in die Sonne trat und mich entschied, im Sonnenschein zu bleiben, war es wunderbar. Also, lass dich von der Liebe Gottes anstrahlen. Sei dir stets bewusst, dass er dich liebt. Bist du dir jetzt gerade bewusst, dass er dich liebt? Fühlst du dich heute besonders gesegnet? Wie Jesus heute sagen würde, gesegnet sind deine Augen, denn sie sehen, und deine Ohren, denn sie hören. Fühlst du dich geliebt? Ich kann nicht von diesem Thema ablassen, doch wir müssen weitermachen. Denn deine Liebe ist besser als Wein. Wein steht symbolisch für irdische Freuden. Du könntest hier alles Mögliche einsetzen, eine tiefe menschliche Beziehung, ein innig geliebtes Kind oder was dir sonst in den Sinn kommt. Genau das symbolisiert der Wein. Aber er sagt, deine Liebe zu spüren ist schöner als der köstlichste Wein. Das ist das Leben, das über der Sonne steht, meine Lieben. Ein Leben in himmlischer Höhe. Es geht in der Bibel stets um ihn, doch ihn zu kennen, bedeutet auch, sich selbst zu entdecken, denn nun lebst du in ihm. Das ganze Fundament der Bibel baut auf Jesus Christus auf. Lieblich duften deine Salben. Dein Name ist wie ausgegossenes Salböl. Darum lieben dich die Jungfrauen. Machen wir weiter. Zieh mich dir nach. Auffällig ist, dass hier nicht steht, ich werde dir folgen, als ob es aus eigener Kraft geschehe. Nein, würde der Herr uns nicht ziehen, würden wir nie den Weg zu ihm finden. Es ist immer ein Geschenk seiner Gnade. Du magst denken, ich bin heute gerettet, weil ich eines Tages erkannt habe, wie sehr ich Jesus brauche, und die anderen sind alle blind. Nein, wir alle, wir werden alle von ihm gerufen. Wenn er uns nicht zieht, können wir ihm nicht folgen. Tatsächlich hat Jesus das einmal so gesagt, und viele waren deshalb verärgert. Im Johannes-Evangelium Kapitel 6 betonte er, Niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Viele seiner Jünger, damals waren es 70 oder sogar mehr, wandten sich ab, alle außer den zwölf. Die anderen gingen, weil er sagte, man könne nur zu ihm kommen, wenn der Vater einen zieht. Sie dachten, sie seien aus eigener Klugheit zu ihm gekommen. Ich erkenne, du bist ein guter Lehrer, ja, ganz sicher. Doch Jesus sagte im Grunde, du nimmst meine Lehren an, doch siehst du mich nicht als deinen Retter. Die Lehren sind zweitrangig. Zuerst musst du mich als deinen Retter akzeptieren. Ich bin noch okay, denkst du vielleicht, aber wir sind von Grund auf Sünder. Doch wenn er uns seine Erlösung schenkt, dann ist es auch eine Rettung von Grund auf. Also, zieh mich dir nach, so laufen wir. Aber nur, wenn du uns ziehst. Der König hat mich in seine Gemächer gebracht. Wir wollen jauchzen und uns freuen an dir. Wir wollen deine Liebe preisen, mehr als Wein. Mit Recht haben sie dich lieb. Das ist das Leben, das Gott für dich vorgesehen hat, jeden Tag Jesus und seine grenzenlose Liebe für dich zu sehen. Aber wie wirkt sich das auf mein tägliches Leben aus, Pastor Prince? Ich möchte nicht so himmlisch gesinnt sein, dass ich auf Erden nicht mehr nützlich bin. Wenn du von himmlisch gesinnt sprichst, meinst du wohl die Leute, die den Kopf ständig in den Wolken haben und oberfromm sind. Gott will nicht, dass du nur aus Religiosität handelst. In den Zeiten von Jesus waren es ja die Religiösen, die ihn verfolgten. Die einfachen Leute, die Sünder, hörten ihm hingegen gerne zu. Einmal kritisierten die Religiösen ihn, du isst mit den Sündern. Jesus erwiderte, die Gesunden brauchen keinen Arzt. Es sind die Kranken, die einen Arzt brauchen. Richtig? Du denkst, du kommst ohne mich aus, also suchst du mich nicht auf. Aber ich bin ein Arzt. Es genügt nicht, zu mir zu kommen, nur um mich zu bewundern oder mir nachzufolgen. Das rührt mein Herz nicht. Wenn du nur kommst, um mir zu folgen, freut das mein Herz auch nicht. Denn du könntest nur meine Grundsätze annehmen und selbstständig werden. Aber wenn du sagst, ich brauche dich als meinen Retter, ich brauche dich als mein Brot des Lebens, ich brauche dich als mein lebendiges Wasser, dann schenke ich mich dir ganz. Er sagt, komm zu mir, nicht bloß zu seinen Lehren. Komm zu mir und ich schenke dir Ruhe. Und danach, nachdem du zu ihm gekommen bist, da lernst du. Amen. Wenn du also diese Frage stellst, antworte ich so. Ich denke, du sprichst von Menschen, die in ihrer Religiosität gefangen sind und deshalb in der Welt wenig bewirken, die vielleicht ihr Gebet nicht aus einem Buch ablesen, aber immer wieder dasselbe Gebet sprechen, ohne wirklich nachzudenken. Es mag einmal von Herzen gekommen sein, aber nun beten sie mechanisch. Einmal mag der Heilige Geist das Gebet eingegeben haben, aber nun wiederholt man alles mechanisch und kann die Gedanken sogar abschalten und spricht immer noch die gleichen Worte. Das ist eine Form von Tod. Denn was ursprünglich als eine Übung begann und vom Heiligen Geist als Gebet eingegeben worden war, betest du jetzt herunter, so wie einige Israeliten das Manna horten wollten. Du musst jeden Tag aufs Neue auf den Herrn hören und unter seiner Führung beten. Das ist das wahre Leben. Und wenn du nicht weißt, wie du beten sollst, dann bete im Geist. Verstehst du, was ich meine? Also diese Vorstellung, dass man, wenn man übermäßig fromm ist, in weltlichen Dingen nichts zustande bringt, da bin ich voll und ganz bei dir. Zu 120 Prozent sogar. Einige religiöse Leute gehen zur Arbeit und erzählen, weißt du, das Leben ist so kurz und wir sollten wirklich, sie sind einfach zu religiös drauf. Sie denken, sie könnten durch ihre Opfer und guten Taten bei Jesus Punkte sammeln. Das ist aber nicht der Fall. Und ich spreche hier von Christen. Vorgesetzte schauen genau hin. Wenn du deinem Chef wirklich imponieren willst, mach es wie Josef. Er hat den Pharao reich gemacht. Doch viele Christen sagen, nein, meine Aufgabe ist nicht, ihn reich zu machen. Ich arbeite für den Herrn. Das ist einfach nur religiös gedacht. Du solltest den Herrn durch deine Taten ehren. Die Wahrheit sagen, nicht lügen, dich nicht in Büropolitik verstricken. Stattdessen solltest du strahlen. Denn Gott vertraut dir. Möchtest du nur in einem christlichen Umfeld arbeiten? Was bringt es, wenn das Salz nur im Streuer bleibt? Salz ist gut gegen Verderblichkeit. Früher war es wie ein Kühlschrank. Es verhinderte, dass Dinge verderben. Man salzte den Fisch. Tatsächlich hat man eine ganze Industrie für gesalzenen Fisch aus der Zeit von Jesus in der Nähe des Sees Genezareth entdeckt. Salz war ihr Kühlschrank. Wenn Gott dich also in ein korruptes Unternehmen stellt und du fragst, warum hat mich Gott hierher gestellt? Respekt. Du bist das Licht der Welt. Was bringt es, wenn alles Licht nur am gleichen Ort ist? Dann ist es dort sehr, sehr hell. Wenn es dunkel ist, strahlt das Licht besonders. Und diejenigen, die nach Hoffnung suchen, werden zu deinem Licht gezogen. Aber wenn alle Christen ständig zusammenhocken, wie sollen sie dann Salz der Erde und Licht der Welt sein? Du bist wie eine Stadt auf einem Hügel, die man nicht übersehen kann. Gott hat dich an deinen Platz gestellt, um durch dein Leben ein Zeugnis zu sein. Es gibt etwas Besonderes an Christen. Sie strahlen eine königliche Würde aus und haben gleichzeitig einen dienenden Geist. Das hat nichts mit Religiosität zu tun. Es ist geistlich. Es ist das Wesen von Christus. Königlich zu sein wie er bedeutet nicht, sich ständig bedienen zu lassen. Es bedeutet, Macht zu haben. Bei jemandem, der wirklich mit dem Herrn geht, spürst du diese königliche Aura, aber gleichzeitig zeigt er Demut. Man spürt die Kraft einer solchen Person, zum Beispiel, wenn sie betet. Und gleichzeitig ordnet sie sich unter. Mit zwölf Jahren war Jesus schon klüger als Josef, sein irdischer Vater, und Maria. Wir wissen natürlich, wer sein echter Vater ist. Aber laut Bibel wuchs Jesus in Weisheit. Mit zwölf wusste er genau, wo er hingehörte. ins Haus seines Vaters. Genau wie ihr heute hier. Ihr befindet euch im Haus des Vaters. Ein Zeichen von Klugheit und Respekt. Weise Menschen suchen immer noch nach ihm. Doch als seine Eltern ihn suchten und fanden, gehorchte er ihnen und folgte ihnen nach Hause, obwohl er lieber bei den Rabbinern geblieben wäre. Er hörte so gerne zu. Das war seine Leidenschaft. Aber er verließ diesen Ort, um bei seinen Eltern zu sein. Er ordnete sich ihnen unter, obwohl er bereits weiser war als sie. Es gibt keinen echten Ruhm, wenn jemand, der stärker ist als du, dich zur Unterordnung zwingt. Aber wenn jemand weiser und stärker ist und sich dennoch unterordnet, wie Frauen gegenüber ihren Männern, dann liegt darin wahrer Wert und Ruhm. Deshalb wendet sich Gott zuerst an die Frauen, weil ihr klüger seid. Das ist eine Tatsache. Ja, ja, klatscht jetzt nicht. Wenn man das nicht glaubt, einige sagen, Pastor Prince, ich glaube, wir Männer sollen der Kopf sein. Ja, aber überleg mal. Wen sprach der Teufel zuerst an? Adam oder Eva? Punkt für mich. Okay, also. Das hohe Lied sagt, der König hat mich in seine Gemächer gebracht. Ein Ausdruck innigster Zuneigung. Dort entdeckt die Frau die Geheimnisse seiner Liebe. Und dann, nachdem sie seine tiefe Liebe erfahren hat, sage mir doch, du, den meine Seele liebt. Sie spricht jetzt zu ihm, denn sie hat seine Liebe erfahren. Er hat sie geküsst. Man kann Gott nicht wirklich lieben, bevor man nicht seine überwältigende Liebe für einen selbst verstanden hat. Wie sehr hat er uns geliebt? Schau dir das Kreuz an. Gottes Sohn, der König der Könige, hat sein Leben nicht leichtfertig hingegeben. Es war nicht irgendein Engel, den Gott sandte. Er sandte seinen eigenen geliebten Sohn, um für uns zu sterben. Würde ich meinen Sohn Justin opfern? Nein, auf keinen Fall. Und Gott tat dies nicht für die Rechtschaffenen. Er tat es für jene, die ihn verachteten, ihm den Rücken kehrten, die Sünder. Sie zeigten, was sie von seiner Liebe hielten, indem sie seinen Sohn ans Kreuz nagelten und das Kreuz vor aller Welt aufrichteten. Juden und Nichtjuden, alle sind da repräsentiert. Und er starb für uns alle. Was hat Gott aus diesem ultimativen Akt des Hasses gemacht, als die reine Güte in Menschengestalt auf unsere Welt kam? Was tat der Mensch? Er kreuzigte ihn. Und wie reagierte Gott darauf? Man könnte meinen, Gott würde sagen, ich werde euch bestrafen. Doch Gott ergriff das Kreuz und sprach, durch dieses werde ich jeden von euch retten. Sofern ihr meine Liebe annehmt und sie erwidert. Ich meine damit nicht, dass automatisch jeder gerettet wird. Wenn du es annimmst, wenn du an meinen Sohn glaubst. Folgst du mir noch? Die Bibel sagt ja, er war in der Welt, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Interessanterweise haben die zwei Begriffe Eigentum und die Seinen im Griechischen verschiedene Bedeutungen. Der erste Begriff bezieht sich auf seine Schöpfung, die Welt um ihn herum. Sie antwortete ihm. Wasser wurde zu Wein. Die Wasser des Sees Genezareth wurden still in seiner Gegenwart. Krankheiten zogen sich zurück. Das Land Israel antwortete ihm. Selbst ein Esel, den noch nie jemand geritten hatte und der sich normalerweise wehren würde, gehorchte ihm. Die ganze Schöpfung akzeptierte ihn. Aber er kam in sein Eigentum und die Seinen, hier in einem anderen Sinne, nahmen ihn nicht auf. Sein eigenes Volk wies ihn zurück. Gehöre nicht zu denen, die ihn zurückweisen. Einige begehren seine Wunder, aber nicht ihn selbst. Aber wenn du ihn annimmst, bekommst du alles andere dazu. Amen. Also fragt sie, sage mir doch du, den meine Seele liebt. Damit komme ich zum Abschluss. In letzter Zeit predige ich immer nur meine Einleitung. Sage mir doch du, den meine Seele liebt. Wo weidest du? Sie will sein Geheimnis wissen. Wo hältst du Mittagsrast? In der heißen Mittagssonne. Warum soll ich wie eine Verschleierte sein? Das Problem liegt nicht bei ihm, es ist alles sichtbar. Aber ich, ich bin wie verhüllt bei den Herden deiner Gefährten. Es gibt so viele Ablenkungen. Statt dich her anzusehen, bin ich oft abgelenkt von anderen Dingen. Dieser Pastor hat das gesagt. Jener hat das getan. Und sieh mal, wie sie sich schminkt. Und was ist mit dem Christen da drüben? Hör auf, dich von anderen ablenken zu lassen. Und fokussiere dich auf den Hirten. Die anderen werden dich nur vom Wesentlichen ablenken. Wenn du ständig andere beurteilst, fehlt dir der himmlische Blick. Dann schaust du immer noch unterhalb der Nichtigkeitslinie. Richte deinen Blick höher, auf ihn. Erkenne seine Schönheit und seine unermessliche Liebe zu dir. Möchtest du diese Liebe ganz persönlich erfahren? Dann hör dir die Antwort an. Er erwidert. Ist es dir nicht bekannt? Also, wenn du nicht weißt, wo ich meine Schafe weide oder wo ich sie zur heißesten Tageszeit ruhen lasse. Ihr wisst, wie Schafe sind, oder? Nachdem sie gesättigt sind, suchen sie in der brütenden Mittagshitze nach einem schattigen Plätzchen, sei es unter einem Baum oder einem Felsen. Dort versammeln sie sich zum Ausruhen. Die Frau möchte wissen, wo sie Nahrung für ihre Seele finden kann. Hey, heute bekommst du von mir Nahrung, geistliche Speise. Aber eigentlich solltest du täglich selbst für diese Nahrung sorgen. Nimm dir Zeit, dich mit Gottes Wort zu beschäftigen. Lass dich von der Welt nicht derart vereinnahmen, dass du innerlich verödest. Vielleicht bist du so sehr in die weltlichen Dinge vertieft und verspürst eine innere Leere und denkst, der nächste Kinofilm wird's richten, aber nach kurzem Vergnügen fühlst du dich wieder leer. Alles ist Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Du sehnst dich nach etwas Beständigem und dieses Etwas ist hier zu finden. Dieses Etwas ist nämlich in Wirklichkeit ein Jemand. Das Buch Prediger zeigt uns, dass unser Herz zu groß für die Welt ist, aber der Geliebte im Hohelied ist zu groß für unser Herz. Herr, erweitere unsere Herzen, damit wir deine wahre Schönheit erkennen können. Dann gibt er ihr die Antwort. Willst du das Geheimnis wissen, wo er seine Schafe weidet? Ist es dir nicht bekannt, du Schönste unter den Frauen? Wie wunderbar ist das denn? Er hätte es einfach bei Folge den Spuren belassen können. Aber nein, er betont, wenn du es nicht weißt, oh du Schönste unter den Frauen. Das bedeutet für mich, auch wenn du manchmal unwissend bist, in seinen Augen bist du dennoch bezaubernd. Er fragt nicht, warum bist du so doof? Er spricht sie als Schönste unter den Frauen an. Allein dein Verlangen, mehr von ihm zu erfahren, macht dich in seinen Augen schön. Auch wenn du es nicht weißt, in deiner Unwissenheit bleibst du die Schönste. Ist es dir nicht bekannt, du Schönste unter den Frauen? Das ist speziell für sie. Heute ist ihr Geburtstag. Wendy, meine Liebe, so schön und klar. Ein Bild von Schönheit, wunderbar. Aber hey, sing dieses Lied nicht, okay? Das ist urheberrechtlich geschützt. Komm zum Punkt, Pastor Prince. Hey, bleib mal locker, okay? Wer glaubt, der hetzt nicht. Er sagt weiter, ist es dir nicht bekannt, du Schönste unter den Frauen? So geh nur hinaus, den Spuren der Schafe nach und weide deine Zicklein bei den Wohnungen der Hirten. Was möchte er uns damit sagen? Wenn du ihm wirklich nachfolgen willst, dann sagt er dir, dass er in der Gemeinde zu finden ist. Viele meinen, das hohe Lied beschreibt die persönliche Beziehung zwischen dem Einzelnen und Gott. Ja, es beginnt mit dem Individuum. Aber am Ende des Kapitels wird deutlich, es geht um die Gemeinde. Du kannst nicht allein als Christ leben. Es genügt nicht, nur für sich selbst da zu sein. In der Bibel steht immer wieder, wie wichtig Gemeinschaft ist. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander. Es geht nicht nur darum, sich selbst zu belehren. Liebt einander. Die frühen Christen waren in Eintracht zusammen und der Ort bebte. Nach ihrer Freilassung suchten die Apostel ihre Gemeinschaft auf. Wie gut und angenehm ist es, wenn Brüder einträchtig zusammenwohnen. Es ist wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions. Denn dort hat der Herr den Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit. Wo? In Zion, der Städte der Kirche, der Gemeinde des neuen Bundes. Vergesst nicht, das Christsein lebt sich in Gemeinschaft, nicht im Alleingang. Es geht nicht um das Kirchengebäude. Das Wesentliche ist das Zusammenkommen. Dann geschieht etwas Göttliches. Zurück zum Hohelied. Er sagt, wenn du herausfinden möchtest, wo ich meine Schafe weide, wo ich sie ruhen lasse, gerade wenn es heiß wird. In Zeiten, wenn du gegen Lebensstürme kämpfen musst und alles übermächtig erscheint. Dann, das ist ein Geheimnis. Dann zeigt dir die Bibel den Ort der Ruhe, und Nahrung. Dort, wo der Herr seine Herde weidet. Wo ist das? Folge den Spuren der Schafe und weide deine Zicklein bei den Wohnungen der Hirten. Viele gläubige Menschen sind schon diesen Weg gegangen. Diese Lehren, die wir den neuen Bund nennen, sind zwar alt, aber nicht überholt. Gott sagt, such die alten Wege, den Pfad, den die großen Gottesmänner gegangen sind. Lies die Apostelgeschichte. Das ist der Weg der Herde. In Apostelgeschichte 2 heißt es, diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, wie viele waren das? Etwa 3000 Seelen am Berg Zion. 3000 starben am Sinai, als die 10 Gebote gegeben wurden. 3000 wurden gerettet durch den Geist, nicht durch das Gesetz. Und wo? Auf dem Zion. Sie haben sich erstens der Lehre der Apostel gewidmet. Also, selbst wenn man die gesamte Bibel lehrt, muss es immer auf dem neuen Bund basieren, auf der Lehre der Apostel. Und zweitens, eine Gemeinde lebt von Gemeinschaft. Es gibt eine Kraft im Miteinander. Wenn der Teufel jemanden zu Fall bringen will, isoliert er ihn. Aber oft genügt es, einfach nur zusammen zu sein, bei einem Kaffee oder in einem Gespräch. Das ermutigt und gibt Kraft. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, und da bin ich mitten unter Ihnen. Das Beisammensein ist kraftvoll. Dorthin befiehlt der Herr den Segen. Ich möchte dich ermutigen. Wenn möglich, komm körperlich. Folge den Fußstapfen dieser Herde. Amen. Drittens, das Brotbrechen. Finde eine Gemeinde, in der man das Brot bricht. Wir sind nicht die Einzigen. Such dir eine gute Gemeinde, in der man im Brotbrechen und in den Gebeten bleibt. Ich habe diese Übersetzung ausgewählt, weil sie dem Griechischen in diesem Vers am treuesten ist. Es geht nicht einfach um Gebete. Viele englische Übersetzungen schreiben nur Gebete. Aber in den Gebeten ist korrekt, mit einem bestimmten Artikel. Es gibt ein spezielles Gebet im Neuen Testament. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Ein Gebet, das im Alten Testament nicht existierte und nun das Gebet genannt wird. Oft wird der bestimmte Artikel in unseren Bibelübersetzungen einfach weggelassen, aber er gehört dorthin, den Gebeten. Was ist damit gemeint? Das Beten im Geist, das ist einzigartig für uns im Neuen Bund. Auf geht's, Gemeinde! Dies ist der bewährte Weg. Und wenn du diesen Pfad gehst, was wird dann geschehen? Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Das Abendmahl. Die Neues Leben Bibel hebt das hervor, weil das Brotbrechen hier genau dasselbe griechische Wort wie zuvor ist. Die Christen trafen sich zur Abendmahlfeier in den Häusern. Zurück zur anderen Übersetzung. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Aber Pastor Prince, wir müssen Seelen retten. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Hier findest du Ruhe. Hier findest du Nahrung. Im Haus des Vaters gibt es alles im Überfluss. Oft sind wir so sehr auf das Irdische fixiert, unsere Wahrnehmung ist so eingeschränkt, dass wir glauben, dies sei die einzige Realität. Doch die geistliche Welt ist noch realer, denn sie wurde von Gott, einem geistlichen Wesen, erschaffen. Das Physische stirbt, das Physische vergeht, das Physische altert. Der Geist hingegen kann nicht altern. Selbst Dämonen, die in der Hölle sind und auch Satan, der eines Tages dort sein wird, werden ewig existieren. Der Geist kennt keinen Verfall. Und was passiert, wenn du in Gottes Haus kommst? Es heißt, du wirst gestärkt. Eine Bibelstelle besagt, wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt, wohl denen, in deren Herzen gebahnte Wege nach Zion sind. Schon der bloße Gedanke an den Gottesdienstbesuch, Zion, der Ort des Tempels für uns heute, die Gemeinde, bereichert deine Woche. Und Gott hat für jeden Gläubigen einen Plan. Dein Höhepunkt ist der Sonntag. Und alles davor ist wie eine Wanderung durch die Wüste. Im Buch der Psalmen gibt es 15 Wallfahrtspsalmen, auch als Aufstiegslieder bekannt. Diese Psalmen sangen jüdische Pilger auf dem Weg nach Zion. Und der Aufstieg ist wörtlich zu nehmen. Zion liegt auf einem Berg. Vom tiefsten Punkt am Toten Meer stiegen sie hinauf und stimmten diese 15 Aufstiegslieder an. Für uns heute heißt das, von Montag bis Samstag durch unseren Alltag zu gehen. hin zum Gottesdienst am Sonntag. Der Alltag kann mitunter ein Tal Bakkar sein, durch das du gehst. Was bedeutet Bakkar? Tränen, weinen. Es kann sein, dass Tränen deine Woche prägen, aber Gott verspricht, sie in eine sprudelnde Quelle zu verwandeln. Er wird früh Regen auf deine Dürre senden und sie mit Segen und sie mit Segen bedecken. Wenn du dich ihm ganz hingibst, wenn du immer an ihn denkst und dein Herz stets voller Vorfreude auf den Gottesdienstbesuch brennt, dann, Halleluja, dann fieberst du dem Sonntag entgegen. Ich weiß, manche Prediger seufzen, oh, schon wieder Sonntag. Das ist ein kleiner Scherz unter uns Pastoren, weil ihr immer hungrig nach dem Wort seid und immer das Beste erwartet. Betet für eure Pastoren, okay? Betet für uns. Gott sagt, wenn dein Herz ständig pilgert, wenn du diese Reise machst, kannst du es durchstehen. Denn am Sonntag, im Haus des Vaters, gibt es Überfluss, mehr als genug. Dort verspricht Gott, ich werde meine Priester kleiden und die Armen sättigen. Das ist ein Ort des Überflusses. Dort verspricht er ewiges Leben. Wenn wir uns versammeln, geschieht etwas Besonderes. Manchmal braucht man nicht mal Worte, man spürt es einfach. Es belebt, es hebt die Stimmung. Zum Abschluss, sie schreiten von Kraft zu Kraft, erscheinen vor Gott in Zion. Nicht auf dem Sinai, nein, in Zion. Wenn wir als Gemeinde im Gottesdienst zusammenkommen, was geschieht dann? Nun, denk daran, selbst eine kurze Reise kann anstrengend sein. Wer kennt es nicht, dass man sich nach einer Autofahrt oder einem Flug müde fühlt. Auf einer üblichen Reise wird man mit der Zeit immer erschöpfter. Aber wenn dein Herz bei Zion ist, schreitest du von Kraft zu Kraft voran. Ihr habt mich vielleicht nicht verstanden. Von Kraft zu Kraft. Bei den Pilgern gibt es keine Verluste. Alle erscheinen vor Gott in Zion. Warum hat Gott dir Gesundheit geschenkt? Um mehr Geld zu verdienen? Je älter ich werde, desto mehr Geld schäffle ich. Das ist doch dumm. Lies mal das Buch Prediger. Was hast du davon? Was hilft es einem Menschen, fragte Jesus, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber dabei seine Seele verliert? Warum hat Gott dir Gesundheit und Kraft gegeben? Meine Zeit ist fast um, also helft mir mal. Wozu hat er dir diese Kraft gegeben? Um sie für seine Ehre zu nutzen, um ihm zu dienen. Gib das Beste deiner Jugend, deiner Kraft dem Meister, wie es im alten Kirchenlied heißt. Von Kraft zu Kraft. In der Septuaginta heißt es von Dynamit zu Dynamit. Von Dynamis zu Dynamis. Kommst du zur Gemeinde? Moment, kurz zum Abschluss. Echt jetzt? Das ist mein letzter Punkt. Lacht nicht so. Ein wenig Zurückhaltung, bitte. Mein letzter Punkt, wirklich. Ich möchte euch noch etwas zeigen. Studien von UCLA und Vanderbilt haben erstaunliche Daten aufgezeigt. Sie stellten eine klare Verbindung zwischen Kirchenbesuch und Lebenserwartung bei Erwachsenen zwischen 40 und 65 fest. Diejenigen, die mehr als einmal wöchentlich die Kirche besuchten, hatten eine um 55 Prozent geringere Sterblichkeit als Nicht-Kirchgänger. Ich glaube, das bezieht sich auf physische Kirchenbesuche. Vermutlich stammt diese Studie noch aus der Zeit vor Covid. Bei einem Stressindikator, der sogenannten allostatischen Überlastung, schnitten Kirchgänger deutlich besser ab als die, die fernblieben. Du wirst, schau her, von Kraft zu Kraft, von Dynamis zu Dynamis, ja, von Dynamit zu Dynamit wachsen. Wo? In Zion. Kommt, Gemeinde! Preist den Herrn! Jetzt wollen wir alle die Köpfe neigen und die Augen schließen. Hast du dich noch nie bewusst für Jesus Christus entschieden? Ich freue mich so sehr. Kannst du sagen, ich war froh, heute im Haus des Herrn zu sein? Du solltest dein Vertrauen in Christus setzen. Glaube an den Herrn Jesus Christus und du und dein Haus werden gerettet werden. Fühlst du das gerade? Sagst du, Pastor, ich möchte mein Leben Jesus geben. Ich möchte an das glauben, was Christus für mich getan hat. Seine Liebe ist da, selbst wenn du ihm den Rücken zukehrst. Aber um sie wirklich zu erleben, musst du sie annehmen. Lass mich dir helfen, dieses Geschenk des ewigen Lebens jetzt anzunehmen. Bete mit mir, Vater im Himmel. Sprich, Vater im Himmel, danke für das unermessliche Geschenk deines Sohnes. Was für ein eindrucksvolles Geschenk. Jesus Christus, der für meine Sünden am Kreuz starb, für sie bestraft wurde und auferstand, als ich freigesprochen wurde, weil sein Werk vollendet war. Ich bekenne, dass Jesus mein Herr, mein Retter und mein Gott ist, im Namen von Jesus. Und alle Kinder Gottes sagen Amen. Wenn du das mitgebetet hast, bist du nun ein Kind Gottes. Ich möchte dich ermutigen. Wir haben Geschenke für dich, die dir helfen sollen, diesen geistlichen Weg zu beschreiten. Der Herr wird für all deine Bedürfnisse sorgen, besonders für die tiefsten deines Herzens. Gib nicht auf. Der Herr hat dich zu sich geführt, weil er dich von Herzen liebt, egal was du gerade durchmachst. Preis den Herrn. Lass dich von ihm liebevoll leiten. Steht auf. Erhebt eure Hände, hier und überall, wo Menschen zusehen. In der kommenden Woche möge der Herr dir seine Liebe zeigen, mit den Küssen seines Mundes. Ich bete, Vater, im Namen von Jesus, dass jeder diese Liebe hautnah, persönlich erfährt und diese Liebe dann in der Gemeinde weitergibt. Mögen sie erkennen, dass in deinem Haus Überfluss und Fülle herrscht, mehr als genug für all ihre Bedürfnisse. Besonders aber bete ich, Vater, dass sie die Schönheit und Herrlichkeit von Jesus Christus erkennen, der zur Rechten des Vaters sitzt. Hilf uns, über das Vergängliche hinaus zu sehen und in der Auferstehungskraft zu leben, wo alles von Leben durchdrungen ist. Führe uns diese Woche auf all unseren Wegen, dass wir den Tod nicht berühren, sondern dass unser Tun, Reden und Denken vom Leben geprägt ist, vom Leben, das durch deinen Geist kommt. Im Namen von Jesus und alle sagen Amen. Ich habe euch lieb. Gott segne euch. Bis bald.